Herzlich Willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Thema Linux, CAT und TEC. Das Programm CAT arbeitet ähnlich wie das DOS Programm TRIBE. Es gibt die Dateien, die als Parameter angegeben wurden, auf der Standardausgabe raus. Falls keine Parameter angegeben wurden, so nimmt CAT die Standardeingabe als Datenstrom an, der auf der Standardausgabe rausgegeben werden soll. Das klingt auf den ersten Blick trivial, wird aber sehr häufig gebraucht, um Dateien in eine Pipe oder auf ein Gerät zu schicken. So zum Beispiel gibt man jetzt zum Beispiel hier ein CAT, zum Beispiel a.txt, weiterleiten an //dev//pts//2. So wird die Datei a.txt mit dem Inhalt auf die Standardausgabe geschickt in die Gerätedatei dev//pts//2 und damit auf das Pseudo Terminal 2. Das hier ist Pseudo Terminal 0, also PTS 0 und das ist PTS 2. Enter. Und dann gibt es hier die Ausgabe. Und das gleiche nochmal mit Datei b.txt. Außerdem können mit CAT mehrere Dateien zu einer zusammengefügt werden, indem die Ausgabe wieder in eine Datei umgeleitet wird. So zum Beispiel cat a.txt b.txt und dann weiterleiten in die Datei c.txt. Und der Inhalt von c.txt sieht nun so aus. Mit Optionsschaltern kann CAT auch dazu gebracht werden, mehrere aufeinanderfolgende Leerzeilen zu einer Leerzeile zu reduzieren oder Zeilen in der Ausgabe zu nummerieren. Zum Beispiel mit "-n". Und Hilfe bekommt man mittels CAT Leerzeichen minus minus help. Tag. Das Programm Tag, CAT umgekehrt geschrieben, gibt Dateien in umgekehrter Reihenfolge aus. Also die letzte Zeile zuerst, dann die vorletzte und so weiter. Dabei müssen es nicht zwangsläufig Zeilen sein. Tag kann auch andere Zeichen als den Zeilentrenner als Trennzeichen benutzen. Hilfe bekommt man mittels Tag Leerzeichen minus minus help. Und so sieht dann die Ausgabe aus. Tag c.txt. Und jetzt noch mal als Vergleich CAT c.txt. Und das können wir natürlich wieder auch auf Pseudo Terminal 2 schicken. Mit Tag c.txt. Weiterleiten an Gerätedatei dev, pts und 2. Das war unser Powerphotopen Screencast. Tschau und viel Glück.